Anfänger-Ski-Equipment? Was brauchst du für deinen ersten Skiurlaub? Das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch, dass du diese Sportart erlernen möchtest. Ich bin selbst schon ein bisschen süchtig, also auch eine kleine Gefahr an der Stelle. Dieser Sport in den Alpen mit der Freiheit, dem Bergpanorama und auch den Geschwindigkeiten, das Skifahren macht richtig Spaß. Es ist aber natürlich auch ein materialintensiver Sport. Das hast du bestimmt schon über verschiedene Videos oder Fotos gesehen. Du brauchst einiges an Equipment und das habe ich direkt mal hier für dich ausgebreitet. Und bevor wir zu diesen einzelnen Aspekten kommen, gilt es zunächst einmal zu klären, was dein Equipment leisten sollte. Es gibt drei wesentliche Aspekte, die das Equipment leisten sollte und zwar einmal den Schutz vor Kälte am Berg im Schnee, dann den Schutz vor äußeren Einflüssen. Und das dritte, es sollte dir natürlich auch einen Fahrspaß gewähren und dich nicht irgendwo stören. Gleich zu Anfang des Videos darf ich dir ein bisschen Angst und eine Hemmschwelle nehmen. Du musst dir bei weitem nicht jedes dieser Equipmentstücke direkt kaufen. Viele der Punkte, insbesondere im Ski-Equipment, lassen sich sehr gut zunächst einmal mieten. Da werde ich später darauf eingehen. Und bei den Bekleidungsstücken kannst du viel über Familie, Freunde oder Bekannte lösen. Dieses Video wird sich jetzt so aufbauen, dass wir quasi von der blanken Haut aufbauen. Das mache ich jetzt nicht hier vor, sondern wir fangen einfach an mit den Bekleidungsstücken, die direkt an der Haut anliegen und gehen dann hoch bis zu den Skiern, bis zum Skischuh. Und wenn du jetzt vorschalten möchtest, was du benötigst, findest du unten in der Beschreibung Kapitelmarker, also welche Sekunde zu welchem Equipmentgegenstand führt. Und unten in der Beschreibung sind auch verschiedene Produktvorschläge, die ich dir zeigen möchte, verlinkt. Also auch da kannst du dich gerne einmal austoben. Jetzt viel Spaß mit dem Video und gute Unterhaltung und sehr gute Tipps. Um das Video jetzt also mit dem Equipment einzuleiten, möchte ich zunächst einmal grob auf die Bekleidung eingehen, die ihr jetzt hier rechts im Video seht. Das allererste ist jetzt zu klären, was die Bekleidung leisten soll. Und da habe ich eben schon gesagt, einmal den Schutz vor Kälte und das eben durch funktionale Kleidung, die vor allen Dingen eure Feuchtigkeit, eure Körpertemperatur gut regelt und eben auch die Feuchtigkeit transportiert. Funktionale Kleidung ist meist nicht Cotton, also Baumwolle. Verzichtet also bestmöglich am Berg darauf, euch Baumwolle an den Körper zu legen, da sie eben die Feuchtigkeit aufnimmt, aber sie nicht abgibt. Und wenn ihr dann sportlich unterwegs wart und alles vollgeschwitzt ist und der Berg dann mit seinen kalten Temperaturen auf euch einwirkt, ist das nicht gut. Also auf Baumwolle ist da zu verzichten. Dann der zweite Teil, den die Bekleidung einnehmen soll, ist eben der Schutz vor äußeren Einflüssen und da empfiehlt es sich immer, auf langärmliche Bekleidung zu gehen. Da erfahrt ihr dann gleich aber auch mehr in der dritten Bekleidungsschicht. In der Bekleidung gehe ich dabei immer nach dem Zwiebelprinzip vor, das heißt verschiedene Schichten aufzubauen. Damit könnt ihr sehr gut regulieren. Dazu habe ich übrigens auch ein weiteres tieferes Video erstellt, was du hier oben verlinkt findest. Und damit kommen wir auch schon zur ersten Bekleidungsschicht und das ist die Skiunterwäsche. Beispielsweise jetzt mal hier zu finden und definitiv ein Produkt, was direkt am Körper anliegt und damit auch Wärme schafft und sehr individuell ist. Ich persönlich rate euch zum Kauf einer solchen Skiunterwäsche auch im ersten Schritt. Der Preis jedoch ist ganz unterschiedlich und richtet sich immer an den verwendeten Materialien. Beispielsweise Merino-Wolle ist sehr, sehr wärmefördernd, aber auch geruchsneutral. Das hat einen großen Vorteil, ist damit aber teurer. Als Anfänger rate ich dir wirklich, dich in der Polyester-Ecke umzuschauen, dir Skiunterwäsche zu kaufen, die die Feuchtigkeit transportiert und trotzdem Wärme bietet. Und da gibt es wirklich auch von No-Name-Herstellern gute Produkte, die ihr gut verwenden könnt. Und nach der Skiunterwäsche kommen wir jetzt zu einem auch sehr wichtigen Produkt und das ist die Skisocke. Jede Skisocke liegt direkt am Körper an und die Güte der Skisocke ist definitiv besser, je dünner sie ist in der Kraftübertragung. Das ist ein Trugschluss, dass eben die dickere Skisocke die bessere zum Skifahren ist, weil eben durch das Polster, was hier verbaut ist, je nachdem wie dick die Socke ist, ihr mehr Weg gehen müsst, um eure Kraft vom Körper auf den Ski zu bringen. Solch eine Skisocke hat verschiedene Polsterstellen verbaut, die eben Druckstellen vermeiden und wenn du ganz genau wissen möchtest, welche Skisocke du dir kaufen solltest, kannst du auch da in mein Video schauen, was ich perfekt zur Skisocke erstellt habe, wo es um Kaufberatung zur Skisocke geht. Definitiv ein kaufenswürdiges Produkt zum Start, auch als Anfänger. So, dann haben wir jetzt die blanke Haut schon mal bedeckt, Skisocke und Skiunterwäsche ist an und jetzt kommen wir zur Mittler, ja zur zweiten Schicht. Die sieht so beispielsweise aus und das ist ein Kleidungsstück, was ihr euch nicht unbedingt als Anfänger kaufen müsst, weil ihr solch ein Kleidungsstück meist schon in eurem eigenen Sport oder auch Kleiderschank findet oder eben bei Familien, Freunden. Da geht es wirklich darum, Wärme zu schaffen. Diese Mittelschicht ist dafür da, dass ihr eben an kalten Tagen ihr genug Wärme empfindet. An Tagen wie Ostern oder spät in der Saison, wo es auch wirklich, wo die Sonne scheint, braucht ihr diese Schicht nicht unbedingt. Da reicht auch eventuell die Skiunterwäsche und die äußere Schicht, auf die ich später eingehe. Und bei dem Midlayer gilt es vor allen Dingen wieder darauf zu achten, dass ihr keine Baumwolle tragt. Also ein Hoodie wie dieser eignet sich da nicht. Achtet einfach darauf, dass es beispielsweise eine Trainingsjacke ist oder eben ein Vlies, was euch gut warm hält. Und dann habt ihr schon den Punkt des Midlayers gut erfüllt. Etwas, was ihr euch eher mieten könnt, auch als Skianfänger. Braucht ihr nicht unbedingt kaufen. Und dann kommen wir zur dritten Schicht und das ist die Außenschicht, beispielsweise wie hier zu sehen. Und diese Schicht hat vor allen Dingen zwei Schutzeigenschaften. Einmal den Schutz vor äußeren Einflüssen bedeutet, wenn ihr bei einem Sturz beispielsweise auf der Piste rutscht, dass da diese Eiskristalle euch nicht durch die Kleidung kommen. Und die zweite Eigenschaft ist eben die Schutzeigenschaft vor Regen, Nässe von außen und zum Beispiel auch Schnee. Da kann im ersten Schritt für euch als Anfänger eine normale Regenjacke als Außenschicht und eine Regenhose völlig okay sein, weil die Wärme, die ihr beim Skifahren braucht am Berg, die kommt eben über diese beiden unteren Bekleidungsschichten, die Skiunterwäsche und das Midlayer ins Spiel. Also die Wärme ist abgedeckt und da kann das hier zum Beispiel einfach nur eine äußere Schutzschicht wie eben eine Regenjacke sein. Bei solch einer Jacke und solch einer Hose ist vor allen Dingen wichtig, dass sie in der Länge der Ärmel und Beine gut passt. Sie darf nicht zu lang sein, darf nicht zu kurz sein und euch dabei einfach auch nicht stören. Das heißt, wenn ihr keine eigene habt, versucht euch in der Familie, bei Freunden oder Bekannten jemanden zu suchen, der gleich groß ist und eher die gleiche Konfektionsgröße hat, damit das Ganze gut passt. Also dritte Bekleidungsschicht für dich als Anfänger kann eine Jacke sein, die lang genug ist, die vor Regen schützt und eine Hose, die ebenso vor Regen schützt. Am besten keine Baumwollhose und auch bitte keine Jeans. Und dann kommen wir noch zu einem kleinen Bekleidungsgegenstand, der den Hals abdeckt. Das ist beispielsweise hier so ein Rundtuch, ein Halstuch. Kann auch ein Schal sein, bitte da auch wieder keine Baumwolle verwenden. Das Wichtige ist hierbei, dass es nicht nur euren Hals warm hält, sondern vor allen Dingen auch Schutz im Gesicht bietet. Wenn es mal wirklich kalt wird, kann man das Ganze über die Nase hochziehen, die auch schnell mal richtig kalt wird. Wenn ihr das nicht habt, wie beispielsweise hier so ein Merino-Tuch, das hat nicht jeder vorrätig, da lohnt sich auf jeden Fall der Kauf eines Polyester-Halstuches. Und da auch beim Bekleidungskauf nicht unbedingt in den Skishop vor Ort gehen, weil da sind solche Tücher wirklich recht teuer. Schaut euch da lieber zu Hause um. Ja und von diesem Tuch möchte ich auch übergehen zu einem kleinen Thema, was bei der Haut eben im Gesicht auch ganz relevant ist. Das ist so ein Kombinationsstick wie dieser hier jetzt ohne Markennennung. Das Gute ist, dass ihr einmal einen Lippenbalsam habt, wo ihr eure Lippen vor eben den UV-Strahlen gut schützen könnt. Lippenstift mit Lichtschutzfaktor. Und das Ganze hier dann auch noch mit einer Sonnencreme im Gesicht. Ihr glaubt nicht, wie stark die UV-Strahlung durch den Schnee auch oben und durch diese ganzen weißen Reflektionen, wie stark diese Strahlung ist. Deswegen, sowas lohnt sich auch auf jeden Fall für jeden Anfänger direkt zu kaufen vor dem Skiurlaub. Genau und wo wir schon bei UV-Strahlung sind, seht ihr hier auch eine Sonnenbrille. Das Relevante ist, dass diese Sonnenbrille beispielsweise verwende ich immer nur auf der Hütte oder vor dem Skifahren, um einfach da auch am Berg einen guten Schutz der Augen zu haben vor eben der einfallenden Lichter- und UV-Strahlung. So eine Brille verwende ich aber nicht beim Skisport. Das ist als Anfänger möglich, also im Helm quasi auch mit solch einer Sonnenbrille zu fahren. Aber der Nachteil ist da wieder eine der Schutzeigenschaften und das Sichtfeld. Denn wenn ihr nur mit solch einer Brille fahrt, habt ihr zwei Problemfaktoren. Einmal seitlich einfallende Möglichkeiten von Licht. Ja, das haben wir hier. Und vor allen Dingen die Kanten, die eher so ein bisschen weit weg sind von der Helmkante, bieten auch Angriffsfläche, wenn ihr mal einen Sturz habt, dass die Brille euch wegreißt und dabei auch schnell kaputt geht. Deswegen sind wir schnell beim Skisport bei einer solchen Brille hier, die ihr euch als Anfänger leihen solltet oder eben auch in einem kostengünstigeren Bereich schon anschaffen solltet, kaufen solltet. Das ist eine sogenannte Schneebrille oder Goggle. Und das Perfekte an solch einer Skigoggle ist eben, dass sie optimal im besten Fall mit dem Helm abschließt. Ja, dem zweiten Gegenstand, der euch eben beim Kopf Schutz bietet. Und durch diese nicht vorhandenen Schnittstellen seht ihr einmal richtig gut aus. Denn das hier, diese Gaper Gap, ist eine der witzigsten Eigenschaften, über das sich Profi-Ski-Fahrer lustig machen. Seht ihr einmal gut aus. Und das Ganze ist ein abgeschlossenes System, was eben keine Kälte oder kein Fahrtwind während der Fahrt an euer Gesicht in eure Augen lasst. Und dadurch habt ihr eben einen super Augenschutz, dass eure Augen da nicht anfangen trocken zu werden oder zu trennen. Und der zweite Punkt durch das abgeschlossene System, wenn ihr irgendwo aufkommt, habt ihr da keine Probleme, dass da eine Kante im Gesicht ist. Also Skigoggle auf Ski-Helm, definitiv etwas, was es sich zu leihen oder kaufen lohnt. Und da sind wir dann auch schon beim nächsten Thema, nämlich dem Ski-Helm. Eine Mütze kommt für dich als Ski-Anfänger absolut gar nicht in Frage. Da geht es nicht darum, wie gut du irgendwelche Sportarten erlernen kannst oder wie gut du generell in Sportarten bist, sondern es geht einfach wirklich um die äußeren Einflüsse. Du bist nicht in der Lage einzuschätzen, ob dir jemand von oben reinfährt, ob da mal einen Stein tatsächlich oder vielleicht ein Eisbrocken von der Seite am Berg herunterrutscht und dir im schlechtesten Fall wirklich den Kopf trifft. Das ist unerlässlich, einen Helm zu tragen beim Fahren. Jetzt gibt es da natürlich aber auch die Möglichkeit, solch einen Helm im Skischop zu mieten. Da ist es so, dass du als Ski-Anfänger vielleicht in den allerersten zwei, drei Tagen mal solch einen Helm gut mieten kannst, einfach um zu verstehen, ob der Skisport dir Spaß macht, ob es wirklich dir Freude bereitet. Und wenn du sagst, ja, ich möchte das häufiger machen, dann ist das eine Investition, die ich auf jeden Fall direkt tätigen würde. Denn da haben wir wirklich richtig guten Schutz eures wichtigsten Körperteils, eures Kopfes. Und diese Schutzeigenschaften bei einem gebrauchten oder gemieteten Helm sind manchmal nicht so ganz gut vorhanden. Die Passform passt vielleicht nicht so optimal und es ist auch ein Hygieneaspekt. Der Mann schwitzt beim Skifahren und da ist es dann irgendwie um einiges angenehmer in einem Helm zu stecken, den man selbst besitzt und den man nur selbst benutzt. Also Ski-Helm für dich als Anfänger ein unerlässliches Tool und vielleicht einmal kurz mieten, aber danach dann wirklich in den eigenen Kauf gehen eines solchen Helmes. Und dann kommen wir auch zum letzten Bekleidungsstück in dieser Serie. Das ist hier der Ski-Handschuh. Ski-Handschuhe haben wieder zwei ganz wichtige Eigenschaften. Das erste liegt auf der Hand wortwörtlich, ist die Wärme, also sollen warm halten, sollen vor Kälte schützen. Und das zweite, das sieht man auch häufig bei schon benutzten Handschuhen wie diesem hier, hier seht ihr Kanten im Handschuh, Gerisse. Diese kommen eben von den spitzen Skikanten. Und das ist beim Skisport nun mal so, dass auch die Eiskristalle auf der Piste, die Kanten eurer Ski, spitze Gegenstände sind. Das heißt, einen Ski-Handschuh zu tragen ist wiederum unerlässlich. Einen so guten Ski-Handschuh wie diesen hier beispielsweise, braucht es aber nicht im ersten Schritt. Es sollte ein warmhaltender Handschuh sein, am besten mit wirklich auch dem Gefühl, dass ihr euch sicher in diesem Handschuh fühlt und nicht nur reiner Wolle, dünnen Handschuhen, sondern schon ein bisschen dicker. Und da muss es aber am Anfang auch nicht unbedingt der eigene Handschuh sein. Das kann gut ein gemieteter Handschuh von Familie und Freunden sein, der einfach gut passt und der euch nicht stört. Und jetzt kommen wir zum Eingemachten. Die Frage, die ihr euch bestimmt am meisten stellt, das wirklich richtige Ski-Equipment, was wirklich ganz, ganz klar für den Skisport funktional ist. Das ist der Skischuh, der Stock und der Ski an sich. Gehen wir genauso vor. Wir fangen einfach nochmal mit dem am Körper anliegenden Gegenstand an, nämlich dem Skischuh. Das ist das wichtigste Instrument, was ihr habt, um die Kräfte von eurem Körper auf das Sportgerät, auf den Ski zu übertragen. Und hier ist es als Anfänger wirklich so, dass es sich schnell lohnt, einen solchen Schuh zu kaufen. Ich erkläre dir auch, warum. Beim Skischuh geht es eben um die Passform. Dein Fuß soll optimal in diesen Schuh passen. Die Kräfte sollen sehr gut übertragbar sein. Und da ist es bei Verleihschuhen schnell so, dass ihr drin schwimmt, dass ihr nach vorne oder hinten rutscht und der Schuh vielleicht nicht optimal passt. Als Ski-Anfänger rate ich dir da, genauso wie beim Ski-Helm, zunächst einmal zu mieten, ein paar Tage, um zu verstehen, ob der Skisport dir Spaß macht. Die ersten Schritte, mit einem gemieteten Skischuh zu gehen, ist völlig gut. Das ist super, lohnt sich. Aber dann, ab einem gewissen Punkt, wo du sagst, okay, ja, ich möchte häufiger zum Skifahren, ich möchte in den Skiurlaub, dann denk darüber nach, dir als allererstes einen Helm und dann eben den Skischuh zu kaufen. Denn wie gesagt, individuellstes Produkt und da muss die Passform einfach gegeben sein. Mit einem eigenen Schuh macht es am meisten Spaß und der wirft dann hoffentlich auch keine Druckstellen oder irgendwelche Ungenauigkeiten auf. Zum Thema Skischuh habe ich schon sehr viele gute Inhalte gemacht. Einmal gibt es einen Blogartikel, da findest du eben auch Skischuhe in deiner Klassifikation, also Anfänger, Fortgeschritten oder Profi, der ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und das zweite wichtige Element dieses Blogartikels oder dieser Beschreibung zu Skischuhen ist die Skikaufberatung mit Phil, dem Bootfitter Phil, die hier oben verlinkt ist, als Video bei YouTube. Da erfährst du im Detail, wie so etwas abläuft und findest da hoffentlich auch das perfekte Schuhmodell für dich, wenn es dann soweit ist. Wenn du in deinem ersten Skiurlaub deine Skiausrüstung mietest, also Skischuh und Ski, bekommst du meist einen Skistock mit dazu in diesem System. Aber ein Skistock ist eben etwas, was in einer nicht so hohen Preiskategorie liegen kann. Beispielsweise ein Alustock kann 25 bis 30 Euro kosten. Also hier ist es gar nicht mal so stark oder schwer zu überlegen, ob man sich das irgendwann anschafft. Im ersten Schritt, wenn du eh dein Equipment als Anfänger vor Ort mietest, brauchst du dir darüber keine Gedanken machen, aber auch ein Skistock ist etwas, was sich nach dem ersten Skiurlaub in der Alu-Version, also in der günstigsten Version, für dich lohnt. 25 Euro oder 30 Euro einmal auszugeben, von dem hast du wirklich jahrelang was. Die richtige Länge deines Stocks ist dann nur entscheidend und auch da habe ich ein Video zuerstellt, was eventuell noch hier oben verlinkt ist, wenn diese Anmerkungen nicht zu viele sind. Ansonsten findest du es unten in der Beschreibung. Ja und dann kommen wir natürlich zu dem Gegenstand, um den ihr euch wahrscheinlich am meisten Gedanken macht, nämlich dem Ski. Ich drehe diesen Ski schnell wieder um, weil er schon sehr stark gebraucht wurde. Dieser Ski hat sich für mich auf jeden Fall in der Anschaffung gelohnt. Ob es sich für dich lohnt, das ist eine große Frage. Im allerersten Schritt als Ski-Anfänger kann ich dir raten, auf jeden Fall eher den Ski zu mieten als einen Schuh. Der Ski ist eben nicht so individuell wie ein Skischuh. Du kannst dich immer mal wieder auf ein neues Skimodell stellen. Und für die Ski-Anschaffung solltest du dir auch erstmal im Klaren sein, welches Skimodell für dich überhaupt passen sollte oder könnte als Anfänger. Das heißt, die ersten Schritte und die ersten Skiurlaube, da rate ich dir wirklich dazu, einen Ski zu mieten, sei es von Freunden, Familie, der gut passt und ihn dann wirklich ganz wichtig richtig einstellen zu lassen auf den Bindungswert, der eben für dein Fahrkönnen in Frage kommt. Ein wichtiger Aspekt für dich als Anfänger beim Skisport ist auch, dass du quasi die ersten Schritte hoffentlich relativ schnell machst. Das heißt, ein blanker Anfängerski würde sich für dich im Kauf auch gar nicht wirklich lohnen, wenn du ein paar Tage unterwegs bist, bist du vielleicht schon fortgeschritten und dann vielleicht relativ schnell Könner. Bedeutet, dass da in diesen Können-Stufenveränderungen erstmal die Miete noch sehr gut ist. Im nächsten Schritt geht es dann darum, wenn du wirklich happy bist und dich vielleicht auf eine Kategorie Ski eingefahren hast, dass du dir den Ski kaufst. Und da ist wirklich der Tipp von mir, Off-Season, also am Ende der Saison kaufen oder am Anfang der nächsten Saison ein Vorjahresmodell. Das reicht im ersten Schritt. So kannst du für 400, 500 Euro wirklich schon einen guten Ski mit Holzkern kaufen und hast ihn dann einmal bei dir liegen und hast verschiedene Vorteile, die sich ergeben, wenn du den Ski kaufst anstatt mietest. Auch dazu gibt es natürlich ein Video. Okay, dann stellen wir den Ski jetzt mal zur Seite und dann gebe ich dir nochmal einen schnellen Überblick, was du nun als Anfänger wirklich brauchst, was du kaufen oder was du mieten solltest. Fangen wir nochmal an, auf der Haut allererstes Stück, die Ski-Unterwäsche, rate ich dir zu kaufen, denn der günstige Variante auf jeden Fall eine gute Ski-Unterwäsche zu haben, um Wärme-Eigenschaften zu haben und da eine gute erste Schicht auf der Haut zu haben. Das Mit-Layer hast du meist im Sportschrank oder Kleiderschrank liegen, brauchst du nicht unbedingt kaufen, kannst du dir gut von Familien, Freunden oder von dir selbst mitnehmen. Außenschicht, schützende Eigenschaft, auf die Länge an Beinen und an den Armen achten, vor allen Dingen der Schutz vor Regen und vor äußeren Einflüssen, auch da brauchst du nicht unbedingt direkt kaufen, sondern kannst eine Jacke nutzen, die eben diese Eigenschaften mit sich bringt. Haltstuch, lohnt sich zu kaufen, bitte keine Baumwolle. Sonnenbrille, mitnehmen für das Erlebnis auf den Hütten und wenn du oben am Berg sitzt, bei viel Sonnenschein. Skisocke, auf jeden Fall kaufen, ist etwas, was einfach hygienisch ist und die du eh in der Zukunft mal brauchen wirst, auch wenn du festgestellt hast, dass du Skifahren vielleicht nicht magst, kannst du sie noch beim Wandern oder bei anderen Sportarten einsetzen. Sonnencreme im Kombi-Stick lohnt sich sehr, sehr stark, empfehle ich dir auf jeden Fall zu kaufen. Handschuhe, kannst du gerne die Handschuhe von Familien, Freunden, Bekannten nutzen oder deine eigenen wärmende Eigenschaften und auch die Schutzeigenschaften, vor scharfen Kanten, die sind auf jeden Fall wichtig. Dann Ski-Helm und Ski-Brille als Kombination, kannst du dir im ersten Schritt mieten, aber ich rate dir dazu, das nicht lang zu mieten, diese Schutzausrüstung, sondern relativ zügig zu kaufen. Skibrille in Kombination mit dem Helm hat eine sehr gute schützende Eigenschaft, auch ein schönes System, lohnt sich dann auch, wenn du wirklich dich für den Skisport entscheidest, sich relativ zügig ein gutes Modell zuzulegen. Skischuhe, selbiger Punkt, brauchst du als Anfänger ja auf jeden Fall, aber da zunächst einmal mieten, bis du soweit bist, bis du sagst, dass der Skisport dir Spaß macht, danach lohnt sich da viel eher der Kauf als beim Ski, den ich dir in den ersten verschiedenen Skiurlauben wirklich rate, zunächst einmal zu mieten und dich auch durchzutesten, welches Modell dir da passen könnte. Und der Skistock, den bekommst du bei der Miete dieser Produkte so oder so erstmal mit, aber dann lohnt sich da schnell der Kauf, weil so ein Stock nur 20 bis 30 Euro in der günstigsten Variante kostet. Grober und großer Überblick, ich hoffe, dass ich dir da als Skianfänger die passenden und sehr guten Tipps übergeben konnte, und du jetzt bereit bist für dein erstes Ski-Erlebnis mit dem ganzen Equipment. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß beim Skifahren und ich freue mich natürlich auch, wenn du dich weiter auf meinem Kanal umschaust, da sind viele Inhalte zu diesem Sport und ich glaube, ich gebe dir da den einen oder anderen Tipp, um das Ganze noch besser zu machen. Jetzt vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank auch an Bastian hinter der Kamera, der eben auch ein sehr passionierter Skifahrer ist und jetzt ganz, ganz schöne Grüße an dich, viel Spaß am Berg, bis zum nächsten Video. Servus!